Naja, ich will das mal aufgreifen mit den starken Umfrageergebnissen an den ehemaligen Ostländern. Das ist ein ganz klarer Beweis dafür, wie wir wirklich als Partei sind. Denn diese Menschen haben schon einmal ein totalitäres System erlebt. Und deswegen durchschauen sie das, was hier jetzt passiert. Das sind genau die Menschen, die sagen, oh, deswegen bin ich damals bei den Montagsdemos nicht auf die Straße gegangen, damit ich das 30 Jahre später komplett dasselbe durch die Hintertür wiederbekomme. Deswegen sind wir so stark. Und deswegen sind wir auch im Westen so stark bei allen naturalisierten Deutschen, also bei Menschen, die irgendwo aus Polen, aus der Tschechoslowakei kommen oder aus der ehemaligen Sowjetunion. Ja, weil die das alle schon erlebt haben. Und die sagen, die AfD ist die einzige Partei, die gegen diese Mechanismen ankämpft.